Ich lerne Deutsch. Nummer 15.863 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin für die Überwachung dieses Bauvorhabens zuständig. Es darf nichts passieren. Ich bin für die Überwachung dieses Bauvorhabens zuständig. Es darf nichts passieren. Marie benutzt die Schubkarre für ihren Mittagsschlaf. Ob das bequem ist? Marie benutzt die Schubkarre für ihren Mittagsschlaf. Ob das bequem ist? Marie benutzt die Schubkarre für ihren Mittagsschlaf. Ob das bequem ist? Bist du ein impulsiver Mensch, oder hast du eher die Neigung zu gut überlegten Entscheidungen? Bist du ein impulsiver Mensch, oder hast du eher die Neigung zu gut überlegten Entscheidungen? Es ist wichtig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bevor man ein Risiko eingeht. Es ist wichtig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bevor man ein Risiko eingeht. Sicherheitsmaßnahmen helfen, mögliche Gefahren zu minimieren. Ich fühle mich nicht gut. Kannst du mich ins Krankenhaus bringen? Diese Veranstaltung ist nur für die exklusiv geladenen Gäste zugänglich. Die Quelle der Kunst liegt in der Seele des Künstlers. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.